So. Okay. Die können wir gleich. So. Okay. Hey, my wife. Sen, we will discuss it. Ach Gott, wo muss ich jetzt hin? Ach, die ist hier? Wo? Wo ist denn hier? Ach, da! Das mache ich halt gerade ab. Ah, aber ich weiß jetzt, wo es ist. Muss ich also einen Weg dahin finden, zurück. Muss ich jetzt erstmal wieder einen Weg zurückfinden, na super. Gut, dann mache ich das halt. Tausend ist ja auch nicht so viel. Und nur aufpassen, Herr. Der Hermit. Möse Hermits? Ich kenne nur Kermit. Kermit der Froschlinke nicht. Aber nicht Hermit. Aber nicht Hermit. Naja. Vielleicht einfach Wanta. Auch seltsam, Kermit. Ja, ich weiß. Weil mit heißer Einsiegler. Auf Englisch. Aber man muss manchmal auch ein bisschen Scherzen machen über die Sprache. Gibt auch genügend deutsche Wattermann, die lustig sind. Also kann man auch Hermit und Kermit vergleichen. Hehehe. Moin in Kermit. Ioja Shanann ist es go kidding. Yehehe. Mage? It's alright, like quite, but I, I've got, I know everything, don't move. It is over, you are heresy, I had to take out poisons and inusculate your nerves. May I, may I, thank you, you brought me back to life, and life to be there. Don't mention it, helping people is my duty, goodbye. Ah, yeah. Rette jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ich beobachte ihn jetzt mal, ich rette wirklich zu seiner Hütte jetzt zurück. Einsthaft. Weil er ganz allein ohne es angegriffen wird wahrscheinlich, weil er keinen Gegner sieht. Nur wenn wir jetzt welche hätten, wenn er angegriffen werden, glaub ich. Bisschen selts, ist lustig. Also typisch viel, dass der Gegner nur da sind, wenn wir da sind. Sonst nicht. Ich bin ja lustig. Na gut. Gatekeepers wife. Ähm. It is done. The gatekeepers wife is healthy. Now I can go and see the gatekeeper in order to get into town. Genau. So. Darum will er jetzt hin. Zurück zu seiner Hütte. Rennt mal gegen die Bäume. Rennt natürlich gegen Bäume. Wie immer. Gut, er rennt auf jeden Fall da jetzt hin. Das finde ich viel lustig. Gut. Okay, haben wir sie jetzt gerettet. Gatekeepers wife. Alles gut. Hab ich gar nicht gesehen vorher, als ich da ausgeraubt habe. Aber naja. Es sieht ja keiner, ob man hier ausraubt. Das hat ja keine Auswirkung. Ob man hier wen ausraubt oder nicht. Vielleicht müssen wir da wieder zu Hause sein. Er rennt wohl wirklich da jetzt hin. Ja. Gut. Gut zu wissen. Jetzt renne ich auch mal da diese Wölfe weg, die ich da gesehen habe. Oder Bären oder was das waren. So. Okay. War jetzt hier war das? Wölfe. Na gut. Machen wir die Wölfe platt. Die Wald da so aussehen. Na ja. Hör mal. Nehmen wir doch mal vorbei. So. Ist auch nicht so schnell. Ich dachte, er wäre... Wir haben sie eingeholt. Hahaha. Wie lustig. Na Gott. Ähm. So. Oh. Da war es wieder weg. Merkst du da, Wolfs? Noch. Der kann nicht hier angreifen, weil er am Baum hängen bleibt, nicht hängen geblieben ist. Ah. Jetzt ist er wohl angekommen zu Hause. Das war. Okay. Haben wir aber die Wölfe auch erledigt. Die hier noch waren. Geh wieder zurück. Die Wölfe lassen sich auch nicht am Leben, dass ich die Gelegenheit habe. Auf jeden Fall kommen wir jetzt in die Stadt rein. Das ist gut. So. 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 Answering your otsk., so. Wir haben keine andere Möglichkeit, nehmen wir noch 4 davon und 5 davon, aha, dafür noch ein bisschen mehr, aber es sind noch ein paar Level noch über uns, so, was brauche ich da, Level 28 brauche ich dafür, ähm, ich will, ich will das verbessern und ich will das verbessern. Ja, 400 Schaden, naja, ist okay, ja, machen wir auch nicht so viel, aber egal, was kommen wir hier rein, tadaa, wir sind drin, in der Start, die Häuser zu erkunden, nur dass nicht wenige, Axt und Code of Mail, aha, Axt und Code of Mail, halt, falsch, Axt, na, nicht grad, besser, Code of Mail, 69, Ja, da haben wir aber nur ein 67er, die besser wäre, deswegen nehmen wir, behalten wir die, mit Tide Bulls, Bloodstained Maniacs, oh, was fliegt da, ach nun, was fliegt da, was, auch Zufalls Generator, der Name, die bei Diablo, also, da waren aber die Gegner, ne? Okay, da muss ich mal anders lang, schaute ich, Was haben wir hier für ne, Bloodstained Maniacs, oh, Stärke brauchen wir dafür, Aha, Na ja, auch nicht schlecht, aber brauchen wir, glaube ich, gar nicht, ein Simitar, ein Simitar, Golden Potions, ein Scepter, Arrows of Woundstone, und, noch ein Sapphire, Sapphire gibt es jede Menge für uns, ja, eine Steamcraft Armor, eine Steamcraft Armor, was ist denn eine Steamcraft Armor? Oh, das war für Steamers, für uns, ah, guck mal an, aber die ist noch nicht so gut, das ist nicht so gut, in dem Fall, dass wir, die vielleicht nehmen könnten, weil, die hat gar keine anderen Attribute, weil, im Grunde sind dann viel zu wenig. Ich geh mal hier am Außenbereich lang, arbeite mich lang am Spitfire nach unten, nach, nach innen, so ein bisschen, so ne Art, Schnecken mäßig, geh ich jetzt hier rum, da war auch an der Seite, elf, und in jedes Haus, wo ich halt rein komme, geh ich halt rein, meistens sind immer die hier, da ist alles, innen, da ist alles da drin, da ist auch noch von der anderen Seite, und Boots, und Boots, naja, Boots, was haben wir hier für Boots, Boots, von Texan Five, na, warum nicht, aber brauchen wir Loey nicht, und ich guck nicht nach, und auf, das ist auch von innen, kann ich hier mal so rein, und die Säcke, aber auch ohne weitere Attribute, aber nicht so gut, hier ist die Menge hier, diese Boots, ne, weil die helfen mir aber nicht, dann Queen Potions, dann kriegen wir auch jede Menge zusammen, da ist gar nichts, die Ballern hier rum, und das ist natürlich kein, wie es immer so ist, oh Gott, noch mehr von diesen Pfeilen, von dem Bolz besser gedacht, und die auch von nach innen, da ist gerade alles von innen hinaus, komme ich jetzt von hier gar nicht ran, und dann gehe ich halt erstmal hier, an diese, Bachräume rein, und eine Robe, coole Sache, na, und was scheint hier auch, es scheint auch mal, keins zu interessieren, dass wir hier sind, und Flammehäpfer, und Scales, Elementaride Abos, Gold, liegen da gerade drauf, deswegen konnte ich die nicht einsammeln, und Pferde, für alle Pferdeliebhaber, aber, könnte ich jetzt auch sagen, was das für ein Pferd ist, aber, ich weiß nicht, ich bin kein Pferdtyp, tut mir leid, okay, hier ist irgendwo wieder Karawanbashi, ne, ja da, Karawanbashi ist wieder hier, so, zwei Karawanbashis, huh, okay, ist da, anything you need, um, I get, I'm gathering information and news, why, of course, I can share some news with a worthy man, I can tell you a bit about Oros, about firearms, a little about mages, about firearms, erzähl mir alles was, also, tell me about Oros, Oros is a nice town, especially for us dwarfs, those mages have subdued underground fire, and have thrust it into service, that place is the real paradise for smiths and armorers, all the best weapons are made there, here in the domain of earth mages, they mine the best ore, and the fire clans melt this steel, and fords swords, this makes, for a very profitable trade between the earth and fire clans, aha, and I was always invested in fire arms, here in the domain of the earth mages, nearly every god has a fire arm, the earth clan, has always been on the edge of progress, now, having invented fire arms, they are working on something new, I have heard, that any magic compared to this new device, is a mere shells plane, if you look, so roughly, and keep your purse strings loose enough, you are likely, to get something really good, either in pheros or oros, aha, and what about mages, you can't ever be sure with mages, but I have heard, that the fire clan, has been all in turmoil, on account of some betrayal, and the air mages, have assembled a force, to hunt down some criminals, only the earth domain remains, and is calm, no quake shakes the lands, and life here is quiet, aha, all the people just hate us, and the earth clan not, so is out, what are you trying to tell us? what do you need? um, why don't you tell me what's going on, what's going on in the world? what's going on? I will tell you what's going on, a downright outrage, somebody, assailed Thorn himself, and plundered the water made school, and the roads, are full of robbers, tell me about the assault on Thorn, and we will respond, was he so wissen, about what's going on in Thorn, Somebody arrived at the water palace, somehow got by the guards, and got to Thorn himself. No one knows what they did, but Thorn barely managed to escape, and his attackers have come out victorious. I don't believe it myself, but they say all assaults on Rita and Thorn were made by mercenaries, of the dragon worshippers, hmmm, ach ja, dragon worshippers? a mob of crazy mages, dreaming that, we will return to the days, when the wind ruled over the mid world. They don't believe, we TOR actually eliminated, all the dragons, and they would rather, live, under their rule, in fear, and humiliation, out of their minds, seriously. Ah ja, so, von uns, erzählt man nix, da naad von irgendwelchen, verrückten magiern, die, die, die Drachen anbitten. Tell me about the water mage school, they were the same people who had assailed on. The water mage school was the real slaughterhouse, many schoolers and teachers were murdered, somebody was eager to see a whole generation of water mages cut out, as one were auch, lalalala. So what were you saying about the roads? The mages are preparing for war, but have left their people completely undefended. As the result, the roads are quarreling with robbers, so you might as well lock yourself up at home, elves and ravens wandering at large. Besides, now there are some strange mercenary band wandering about, bunch of plane killers if you ask me, I bet someone has hired them for some dirty job. Sex on this formation. Ah, interesting to see the view of the population over our actions. Yeah, so it just looks like it. Ah, we're going to see something else. We have a flammerfer, and it's 202, which makes the damage. Also, that's of course much better. I don't know. I don't know what I need to do with the mechanics. We need to see the mechanics. We need to see the mechanics. We need to see how we need to see. Ah, well, the septa 86, 86, 86 to 90. This is also a better team. Oh my goodness. We can take everything here. Aber da brauchen wir mehr Stärke für, naja, ähm, Protection 42, haben wir noch eine 46er hier, ein Level noch höher, was braucht der, könnte man so einen nehmen, wir haben eine Robe hier, Protection 16, äh, dieselbe D.U.A. Robe, was heißt, die Intellekt mehr erhöht, Regenerationsrate erhöht, Magie Schaden macht die auch noch, oh, die ist gar nicht mal so schlecht vielleicht, können wir mal hier mal rüber geben, kann es aber nutzen, na, gebe ich hier mal die, ähm, Jacket, 45, Nehmen wir gegen die Sapphires, aber ich glaube, ich gehe mal weit, mache mal die Erkundung weiter, bevor ich hier, alles verkaufe, Da ist noch eine Star ab für Teil, oh, Le, 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 ein Lebrus, was ist das denn, was ist ein Lebrus, Ich kann auch noch einmal, was ein Lebrus ist, aber es ist eine große Waffe mit 424 Schaden, Wuuuuh, hui, wenn er nicht nehmt, dann mehr Level braucht er, nur ein Level, ne, zwei Level, naja, die sind wir viel besser, Minimal Schaden ist ein bisschen höher, aber Maximal Schaden deutlich, das ist gut, ähm, Hm, Protection 10, Protection 10, haben wir schon mittlerweile, Protection 10 überall, haben wir schon, Protection 10, ok, Auch noch ein Level höher, ok, Halt, hier noch ein Gebäude, hier kann man doch rein, die Inns kann man alle rein, ja, So, vorbei gelaufen, allein, halt, Kerosin, Kerosin, Kerosin kann, ja, hier laufen, äh, holen, Hättest aber da reingehen können, ne, hab ich übersehen, naja, gut, war ja direkt schon da, Gold, 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 so, ok, wieder raus, mal da hin, Heifers Team, mein Husband, werden wir auch gleich um uns drum kümmern, dann mal räumen wir hier ein bisschen auf, hier an Pfeff, auch noch ein Jacket, werden wir uns da auch mal drum kümmern, Holo Charge, was ist das denn, Heilige Granate, hehehehe, Halleluja Granate, aus Worms, wahrscheinlich, nicht, Morgen Stern, muss ich mal gucken, so, mhm, was ist denn das für ein Ding gewesen, wo ist denn hier, wo ist denn das Teil, dieses Hallo Charge, Hä? Ach, da, ach, das sind gerade, das sind Kugeln, noch besser als die wir haben, und dann nehm ich die überhaupt, hab ich die falschen genommen, ne, und dann hab ich die, muss doch die nehmen, die, ey, machen wir doppelt so viel Schaden als die, ne, die sind doch besser, die sind doch besser, da sind die anderen, da gibt doch ne, gibt noch Municien doch da drüber, ist das die anderen, ne, 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 ist die selbe, ach, so Kugeln, das ist, ich dachte, das wären Granaten, nach dich, Hallo Charge, Oh, Harry, wo geht? So, da haben wir reingekommen, ne, da haben wir mal reingekommen, das heißt, wir können nur hier, können wir gleich uns, so, haben wir auch, so, 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 okay, wir können jetzt mal hier rein, ne, wir können mal hier in die Mitte, mal da, hier, what should I do, where should I look, um, has something happened, my husband has disappeared, he hasn't been home for two days, I just don't know what to think, um, what was your husband doing? he was guarding some merchant's goods, but before that, when he was young, David was an adventurer, he was known to walk a hundred miles, he was known to walk a hundred miles, just to reach a place of interest, adventurous, and gold were his passion, I thought, he had grown wiser in his old age, that's interesting, and where should I start looking for him, and where should I start looking for him? back to his wife Iris, Iris asked me, to find her husband, who, in his younger years, used to be an adventurer, and risk taker, two days ago, he disappeared, and now, she cannot find him, Iris recommended, that I start by take, by take, by talking, to Runa, David's close friend, Okay, wo is das? Runa! Here at the tavern, I may find Runa, the best friend of missing David. I forgot about that one, I haven't even seen here. Sneak into town. I found a wicked allowing me to enter the town, and agreed with the gatekeeper, that I can enter and exit the town at any time. Yeah. We did it. We did it.